ich freue mich auch schon sehr freue ich hoffe dass es vielleicht ende dieses jahres oder anfang nächsten jahres erscheinen wird aber ich glaube du weißt wovon ich rede du ja du ja ich habe auch gehört okay halt doch mal die schnauze werde wir unterhalten uns gerade den schmarrn fiechel ist du ja du soll ja auch auskommen wir haben schon berichte gehört es soll sagen wir mal so wir sind uns nicht sicher ob es das spiel auf dem deutschen markt schafft weil es ja so ultimativ brutal sein es soll fatalities geben wo man die viecher auseinanderreißt nach mortal kombat manier wenn ich so noch schlimmer also das ist richtig und ja wie mortal kombat halt nur halt noch schlimmer noch schlimmer kann man den auch noch updaten wir sie jetzt nicht nähe aber wie gesagt ich bin gespannt bin ich auch wirklich sehr es sollen ja auch die guten alten waffen wir mit dabei sein von der doppelläufigen schroflinde bis zur plasma kanone richtig über dem bfg die blick vorgehen können und die explodierenden fässer sind auch wieder mit dabei da freut man sich doch ja das gibt wieder ein heiden massaker ja ich muss hier gerade mal schnell ich gerade so nee aber wie gesagt ich bin ich bin doch schon gespannt so was von neu und gierig drauf ja ist egal was kostet beides gleichzeitig neu und gierig gierig und neu ja da kommen sie von da hinten kommt auch was ja dann geh doch wieder zurück in den anfangsraum dann kommen sie wesentlich von allen seiten ja ich stehe jetzt getroffen jetzt hast ne der andere liegt da ich verstehe nicht manche gehen ich muss was mit einer lade dings machen ja definitiv gut dann wird noch mal alles neu aufgesammelt die schränke neu geknackt ohr auch knacki knacki wies knacki wer ist knacki ex knacki oder was ja ex knacki so jetzt bin ich gespannt was ich da du hast das tablet übersehen ach stimmt ja das gibt dann wieder punkteabzug junge Pistolenmulli wo war's? da 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 lehrtaste oh du drück doch endlich du drück du drück du drück ich drück ich hab eine idee du hast eine idee? na jetzt bin ich aber gespannt das wird man sehen dann ach jetzt hier wegen dem Kapitelabschnitt hier und mit dem tablet aha dann vielleicht erstmal alles liegen lassen und dann erstmal die scheiß Giftgase ausschalten alles liegen lassen, Giftgase abschalten ist doch gut, wir sind doch unterwegs so wenn du den Raum betrittst hast du da oben an deiner Anzeige dieses Gas Biohazard Symbol voll und dort anstehst du unter Gifteintwirkung okay das heißt ich muss irgendwie da ganz schnell durchraschen und naja durchraschen ist das vielleicht auch nicht grad die richtige Methode ähm da ja noch Formen von Zombies auf die zukommen ne die musst du auch noch nebenbei platt machen okay erstmal du musst jetzt die Ventilatoren aktivieren siehste zur Nutz schmeiß Granaten damit hast du schon ein bisschen Vorlaufzeit ja pro massaker stirb zombie oh fuck mehr treffen sollte man auch ja scheiß da aber ich oh 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 ekehafte Spucknapf ist auch wieder unterwegs low forest ich hab's ne Heilstation wo da an der Ecke genau da rein da ist ne Heilstation genau und dann gib ihm sehr schön sehr schön der ist down sehr schön der ist down alle tot ich heil mich gibts grad nicht heil Glück ey das hab ich denn Fahrstuhl rufen hochfahren Zombies weiter töten und dann Ventilatoren einschalten das war schon mal weiter als beim letzten Mal ja ja besser aber hier gibts auch wieder ein paar Horden da vor dir hast du ein Schalter schonmal stirb wo hier da wo der Pfeil ist ist schonmal einer aber das wars halt noch nicht oh Gott der andere ist da hinten genau das wird jetzt langsam knapp hier sag ich doch guck mal direkt vor dir was was ja ganz schnell heilen heilen es deaktiviert alter wirst du mich verarschen ne das ist so gemein ey alter mach ihn schön granate 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 hab ich keine mehr du bist so aah warsch durch da zack h hat 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 nein 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 schweiz alt wo h um ich bitte dir ist es nochmal an um wenn du kein Bock mehr zu sterben den gewalt werden nochmal wechseln biete ich dir auch gern doch mal an das schön war dann selbst gemacht das hat deswegen aber es hat mir gekostet ach so du hast es wiederbelebt ja okay dann Prozent was ich nicht noch mal erwischen Kollege der ist jetzt deaktiviert er ist dort ja das heißt hoch erst abschießen dann schnell rüber genau okay und danach kannst du immer hier noch mal rum rennen und jetzt sollten das zeug einsammeln naja vielleicht ist hier irgendwo aber ich sehe grad das gift zeichen ist weg ja das heißt dann kann ich immer schnell genau da ist noch ein zombie und er hat gleich was für mich eine verbesserung neue waffe eine w und w und w und w haja tych best vom komm bist du teppert was machen die das sind die von da oben ja ja schon klar das ist mir jetzt neu dass sie so was da nutzen was das ist mir neu dass sie genau diese stelle da nutzen nee da werden sie gespawnt ja die die sportler nicht die kommen da einfach durch fertig ist ja ein ding das ist immer was hat eine granate drei granaten deswegen da das tablet nicht vergessen schon wieder zum dead effect runterladen weißt du kostenlos nein das habe ich jetzt nicht gesagt da lag noch munition rum wo ja da liegt rechts da genau 188 schuss 188 188 schuss da noch welche da ist ein spinnt was rechts ja da genau ein spinnt aber der hat es trotzdem abge- ja ja das jetzt mit akzeptiert ja war wohl noch drinnen munition sehr schön 70 schuss noch mal drauf da muss weiter aber kannst du erst mal hinten gucken siehst du die haben verrückte sache das sind credits ist ja geil da lag noch munition auf der kiste mann 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 ey verrückt war völlig verrückt mehr als verrückt da ist auch eine munition ich hab's gesehen ich hab's gesehen munition ist voll die haben hier gespawnt irgendwo die haben hier gespawnt irgendwo verstehst du deswegen krass und weiter geht's so gespeichert ist ja da musst du jetzt lang ich ahne was ich ahne was meinst du das da zufällig kommt da hinten schön ne da ist da nicht aber dort cool tier ja kommt die drei würde ich ja keine granate verbrauchen Ist aber doof, dass der Taser nicht mehrere auf einmal mitnimmt, ne? Irgendwas muss man mit dem Taser machen, dass der auch mehrere nimmt. Ja, aber ich glaube nicht, dass du ihn upgraden kannst. Der ist tot. Sagst du. Er ist tot, Jim. Nein. Kann man die auch schießen? Willst man das? Was kannst du? Die auch hier auch schießen? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Wäre auch Munitionsverschwendung, wenn du mich fragst. Da kannst du nochmal heilen. Musst du aber nicht, bist voll. Bist so voll, ey. Das mit den Credits haben sie ja lustig gemacht, ey. Haben sie auch bei Dead Effect gemacht, oder? Wir sind bei Dead Effect. Äh, bei... Dead Space, man. Dead Space. Fängt alles mit Dead an. Das ist doch alles dieselbe Soße. Alles tot. Das ist doch alles dieselbe Pfeffer. Ja, ja, nicht ganz, Kollege. Ja, da gibt's noch mehr. Ein Zombie kommt seltener allein, weißt du doch. Ein Zombie kommt seltener allein. Äh, echt jetzt, Alter? Ey. Sehr schön. Ja, eine neue Verbesserung. Da kommt auch mehr. Ach, so ein dicker Spucknapp ist auch wieder mit dabei. Ja. Ey, der hat dich angespuckt. Und der wird's gleich nochmal tun. Sag ich doch. Schon wieder. Halt, die vertragen ganz schön viel, oder? Ja. Sind da auch stärkere Gegner. So, jetzt müsste der Raum clean sein. Müsste. Clean sein, alles hier. Könnte, hätte, sollte. Ja, ich... Ich nehm alles zurück. Oh, da schießt den auf mich. Ich hör doch noch was. Hm. Ach, da. Ah! Der kriecht da so ein Halbling hinterher. Nee, ein Halbling nicht. Halbling sind ja anders aus. Willst du jetzt echt mit mir diskutieren? Entschuldige. Ich hab heute noch nicht gegessen. Ah, hast du noch nicht gegessen? Jetzt gibt's ja bald Fleisch. Ach, schön. Das freut mich aber. Gibt's mir roh und zappelnd. Ja, hab ich auch da. Sehr schön. Ich hoffe, es quiekt noch. Ja, quiekt auch noch. Ja, dann ist schön. Halt doch mal die Klappe, Olle. Ei. Wer bist du? Das sieht mir nach Bosskampf aus. Nein. Doch. Da. Schieß! Oh! Oh, kacke. Oh, kacke. Fick deinem Event. Jetzt musst du hochdrücken. Genau. Guck mal da. Äh. 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 Genau. Und jetzt weiter. Weiter. Gib ihm. Du, tu doch. Ja, genau. Gut, der ist down. Ja, das ist ein Nagnav. Bin ich voll? Ja, ja. Warum ist das hier noch, äh. Ah, guck mal da, auf den Tisch sollst du jetzt. Jetzt, welch? In der Mitte, da wo der Typ da stand und nicht gefressen hat vorher. Achso, warte mal. Mal da, bei dem rotleuchtenden Tisch. Ja, warte mal, ich... Donnerzeit. Rotleuchtenden Tisch, hab ich gesagt! Klappe. Hier liegt überall noch was rum. Äh. Oh, bin ich im schwederen Modus? Ein Tablett. So. Ab in die Röhre mit dir. Welche in dir? Nein. Nein. Ja. Äh. Uuuh. Der hat nämlich irgendwas davon erzählt, dass deine Mutation beginnt. Oder bevor deine Mutation beginnt. Meine Mutation beginnt? Ja, genau. Deswegen sollte ich grad scannen lassen. Aha. Okay. Scan abgeschlossen. Oh. Oh, cool. Oh. Uuuh. 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 Alter, aber. Schleiß. Top. Aber Torep. Ja. Du hast keine Geheimkugeln gefunden. Äh. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, deswegen sind sie doch Geheimmensch. Ist aber ehrlich. Okay, hier hätte ich drei Leistungen. Ja. Ja. Aber gut. Dann mach mal fortsetzen. Dann kannst du... Vielleicht hast du schon genug Geld zusammen, um ein bisschen was in Ladegeschwindigkeit reinzumachen. Das Magazin. Hab ich doch. Ja, du sollst... Ladegeschwindigkeit, nicht Magazinkapazität. Achso. Ja, das da. Genau. Herrgott, noch eins. Oh, neue Waffe. Ja, ein Revolver. Uh, hast du den jetzt? Ja, den hab ich bekommen jetzt. Das ist ja... W-O-W. W-W. W-O-W. W-W-W. W-W-W. Was? Wie? Na, nimm mal den mal, oder? Dann kann ich den anderen... Kannst du die verkaufen? Ja. Musst du, glaube ich, mal bei Ausrüstung hochgehen. Ausrüstung? Oh. Durchschlachtskraft. Mhm. Na, dann mach mal. Da, und dann kannst du da verkaufen. Genau. Kriegst du 150 Credits dafür. So. Genau. Hä? Was hat... Was hat... Was hat sie... Ach. Ach, bloß Munition verkauft, oder wat? Ach, nee, warte mal. Genau, tipp mal den Revolver an. Guck mal, da unten steht wählen. Ach so. Genau, ja, so. So wird ein Schuh draus. Kann man den so verkaufen? Dachte ich eigentlich erst. Aber wie es aussieht, verkaufst du bloß die Munition. Ja. Hm. Na gut, dann nimmst du jetzt den Revolver. Kannst, gibt es dann auch irgendwelche Upgrade, die du hier nützen kannst. Nachladegeschwindigkeit zum Beispiel wäre ganz gut. Was? Nachlade? Nachladegeschwindigkeit wäre ganz gut und Piercing wäre gut. Aber das wird wohl nicht. Gut. Okay. Ach, kannst du dann wechseln, Neil? Ja, 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 genau, genau. Kannst du sozusagen dein einiges kleines Arsenal zusammenstellen. Wie viel kostet? Muni? Ah, hier mache ich mal Muni. Muni ist hier voll. Kann ich verkaufen. So, ein bisschen vorher machen. Jo, dann müssen wir mal gucken. Gut, wollen wir dann jetzt das nächste Kapitel anfangen? Nächste Kapitel? Ja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Ja, es sieht so gut aus. Oh. Aha. Ah. Jetzt ist die andere Waffe raus, siehst du das? Ja, 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 ja. Ja, klar, weil du dir quasi geschenkt bekommen hast. Hätte ich gerne mal einen Bauplan von der Kettensäge oder von der Gatling Gun, was da? Ja, aber wir haben Plan von der Gatling Gun, oder von der Pumpgun, ja. Aber hier, die erste hier. Oh, die Velvet. Ja, die hört sich gut an. Jo, na dann, dann machen wir dann nächste Runde dann weiter, aber. Oh gut. Jo. Na dann, man hört sich dann. Tschüss. Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Heißt. Dead Effect. Effect, 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 effect. Da war in den Ecken, das. Ja. Ja, gut. Okay. Ja, okay. Lassen wir das. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.